Herzlich Willkommen hier bei uns und ich darf weitermachen mit einem Mann, bei dem wir danken uns wir gleich mal an dieser Stelle, weil 13 Jahre hat sie, wie es vorhin schon gesagt, wird schon zusammen abgearbeitet, die Miss Germany Corporation mit der Condor. Dieses Jahr waren 60 Leute gleich am Stück nach Fuerteventura sicher geflogen und in der Luft wurde dann wieder die Miss Condor gemäht. Deshalb sagen wir vielen herzlichen Dank für die Unterstützung, stellvertretend heute Abend an der Herrsensei.